Mobilität, Energie, Tirol und Sport verbindet das gemeinsame Anliegen, dass wir einen Beitrag zu Tirol 2050 energieautonom machen wollen. 43 Prozent des Energieverbrauchs findet in der Mobilität statt und da gilt es einfach da, dass wir auch im Verkehrsbereich als Verkehrsverbund Tirol die richtigen Antworten finden und die Leute für den öffentlichen Nahverkehr noch mehr begeistern als heute. Und wo ist da die Verbindung zum Sport? Gerade im American Football sind es vor allem viele junge Leute, Nachwuchsarbeit und das sind die Fahrgäste der Zukunft, die ganz wesentlich das Ziel 2050 prägen werden. Und das ist glaube ich eine ganz tolle Kombination aus drei Partnern, die sie da gefunden haben und gemeinsam für ein Ziel stehen.